Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, was gibt es einmal für Neuigkeiten? Mein Auto läuft seit längerem leider nicht mehr richtig und zwar ist der Anlasser kaputt. Das heißt, Auto startet nicht, kein BMW-Sound mehr für mich und für euch. Und mein Auto wird jetzt heute repariert. Ich habe mir schon alle möglichen Teile bestellt und zwar, wenn die Ansaugbrücke schon mal runter ist, wird nämlich mal ein bisschen Vorsorge betrieben. Was das Ganze bedeutet, zeige ich euch mal. Hier hinten steht das Paket, das packen wir jetzt mal gemeinsam aus und dann erzähle ich ein bisschen was dazu. Ansonsten zu dem Video mit der Reparatur. Ich mache kein komplettes Reparatur-Video, denn es gibt hervorragende Videos online. Die verlinke ich unten in den Videos und erzähle euch einfach nur was zu den Teilen, was wichtig ist zu wissen. Also wenn euch das Ganze interessiert, dann bleibt dran und checkt das Video aus. So, kommen wir hier einmal zur Kiste. Ich bestelle das Ganze bei Lehmann. Auch der war geil mit einer Aktion aktuell hier von 11% Rabatt bei Black Friday. Richtig nice, deswegen hat sich das echt ganz gut verhalten mit dem Kaufen. Ganz wichtig, einmal kommt neu, Zündkerzen neu. Wie immer die 1208, wo steht es hier, Iridium. Da sind die Zündkerzen, die am besten geeignet sind für den N52. Hier haben wir einmal vier Stück, plus zwei, die hier rumgeflogen sind. Die sind schon mal ein bisschen aufgegangen. Ich habe ja schon ein Video gemacht über die Zündkerzen selber. Aber hier könnt ihr euch die auch nochmal gönnen. So sieht das Ganze aus. Eigentlich ganz nice. Dann geht das Ganze weiter. Reihenfolge gibt es nicht. Meine Bremsen sind vorne platt. Deswegen kommen Bremsen neu. Das ist, das steht auf dem Kopf. Die 1628H, das heißt, das sind die DS2500H für die 335er Vorderachse. So sieht das Ganze einmal aus. Ich hoffe, die werden nicht zu heftig quietschen, aber quietschen werden sie auf jeden Fall. Das Ganze fahre ich wieder auf ATD-Serienscheibe. Dann hätten wir das einmal. Weiter geht's. Jetzt sechs Zündspulen neu. Warum? Auch Vorsorge. Zündspulen immer Delphi. Neben für den N52 in Verbindung mit den NGK-Zündkerzen ist das die beste Kombination. Den holen wir auch einmal raus, damit ihr es einmal sehen könnt. So sieht das Ganze aus. Mit meiner Hand immer sehr nice. Ich frage sie jetzt mal nicht aus. Komplett nicht, aber so sieht das Ganze aus. Frische Zündspulen, sechs Stück. Ist reine Vorsorge. Die laufen bei mir alle gut, aber ich denke, wenn der Wagen seine 130.000 Kilometer runter hat, 15, 16 Jahre alt ist, kann man das schon mal machen. Zündkerzen sind bei mir auch noch nicht unbedingt fällig. Die sind jetzt 40.000, 50.000 Kilometer drin. R40. Dann dachte ich mir, wenn das eh schon runter ist, macht man das einmal komplett neu. Dann hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind einmal Zugesteller, aber die passt hier ganz gut rein. Dann natürlich, wenn man den Anlass ertauscht, ganz wichtig, neue Aluschrauben. Geben ein bisschen auseinander. Da sind hier Torx, was war das? Torx 16. Andere sind Torx 14. Ich glaube, beim 325i. Auf jeden Fall, das sind hier ein 16er. Dann geht es weiter. Der Anlass hat wieder der Deckelkasten. Den zeige ich gleich. Bremsverschleißkontakt vorne. Bremsverschleißkontakt hinter. Dann natürlich, wenn die Ansaugbrücke runterkommt, müssen wir die Dichtungen neu machen, der Ansaugbrücke. Das sind hier einmal die Dichtungen für die Ansaugbrücke, dass wir die auch einmal frisch machen. Auch ganz wichtig immer. Zweimal Ölbags für mich, für meine Ölreserve-Typen. Dann kommt einmal nur die Große dieser neu. Und zwar die innenliegende in der Ansaugbrücke. Das ist einmal der eine dieser Steller. Der ist auch optimiert mittlerweile von BMW. Und zwar hat er jetzt einen Aluminiumstift drin und keinen Plastikstift mehr wie die ersten. Und mir kam auch zuvor, dass es immer wichtig ist, die Große zu ändern. Also zu tauschen. Die, die in der Ansaugbrücke drin ist. Die andere, wo man von außen rankommt, die ist nicht so anfällig. Und wenn sie bricht, ist es auch nicht so schlimm wie die hier. Also die hier ist essentieller. Die andere muss nicht unbedingt getauscht werden. Deswegen mache ich die hier. Kostet 235 Euro. Ist eigentlich das Teuerste an der ganzen Reparatur. Der Anlass aber auch deutlich günstiger. Aber das ist die Große dieser. Und die kommt auch neu. Und da würde ich immer BMW Original nehmen. Nie Fremdfabrikate. Genau. Das ist ja noch ein Teil für die KGE. Die KGE kommt auch komplett neu. Das ist aber ein Teil, das ich für mein Auto extra bestellen muss. Es gibt die im Set zu kaufen. Die KGE von Febi habe ich die bestellt. Und da passt der bei gelieferte Schlauch nicht. Deswegen gehe ich den hier nochmal extra mitnehmen. Gilt aber nicht für alle Modelle. Für wen das jetzt alles geht, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist nur bis Ende 2005. Dann ist da ein anderer Schlauch dabei. Für meinen Bruder brauche ich halt den extra. Und natürlich jetzt hier den Ballermann. Den großen Klopper. Anlasser von Bosch. So sieht das Ganze aus. Den hier schon mal ausgetütet. Hier ist das gute Stück. Und der kommt bei mir auch einmal komplett neu. Hat jetzt gekostet, glaube ich 140 Euro als solches. Denn mein Auto startet ja nicht mehr. Ich denke, damit sollte das Ganze behoben sein. Was ich jetzt hier nicht mit dabei habe, ist die KGE. Die muss ich mir nochmal aus dem Keller zaubern. Zeige ich euch aber auch noch, was dabei ist. Dann haben wir noch den letzten Part. Einmal KGE. Das ist das Hauptteil. Kommt einmal neu. So sieht das Ganze aus. Und dazu natürlich Schläuche neu. Einmal der dicke Schlauch. Noch ein dicker Schlauch eingepackt. Und dann der hier. Das Schlauch, der jetzt bei mir nicht passt. Deswegen gab es den kleinen hier. Den hier. Den brauche ich da. Das hat jetzt hier 90 Euro gekostet. Auch ganz gut. Und zwar um den Öferbauch zu reduzieren. Ist das, denke ich mal, die beste Kombination. Also das war es. Jetzt geht es um Einbau. Und Peace. So, das geht ja. Ich schieb nicht. Ich muss ihn mal festhalten, wenn ich so hier veranstalten. Omo, du hast die richtigen, guten NGK. Braucht ihr mich auch da drin? Das waren ja auch die, die da noch gebaut wurden. NGK halt die besten. Ist so, nicht? Ist dann noch Zahn auf Zahn. Was muss ich sagen? KGI neu. Dieser neu. Dieser hast du schon gemacht? Ja, dieser ist schon aus. Zum Spulen auch. Also hier eigentlich alles noch gut. Zahnkerzen sehen sehr gut aus. Alles traubt. Alter Anlassung. Sehr interessant fand ich natürlich auch, einmal in den Ansaugenbereich reinzuschauen und einmal die Einlassventile zu sehen. Natürlich ist das ein Saugrohr-Einspritzer. Also da verbrennt ja nicht so viel wie beim Direktanspritzer rum. Dennoch fand ich die echte blitzblank und sehr gut und sehr sauber und hat mir mega gut gefallen. Also ich habe da ein kleines Video, das schaut euch das mal an, wie gut und wie sauber das Ganze aussieht. Und natürlich für einen Sauger ohne Direktanspritzung ist es ziemlich eindeutig, dass die sauber sind. Aber die waren schon, fand ich jetzt, sehr sauber. Zu den Zündspulen gibt es noch etwas Wichtiges zu sagen. Und zwar hat BMW irgendwann das Buchsengehäuse geändert. Das Buchsengehäuse ist einmal der Stecker, der in die Zündspule reingeht. Normalerweise, bei meinem Auto, älteres Modell, N52 B30, der ersten Generation, noch nicht die überarbeitete Version, also nicht der N52 N oder KP, ist, ich weiß aber nicht, ob es bei den anderen anders ist, bei meinem ist es jedenfalls so, dass die alten Buchsengehäuse noch drin sind mit den alten Zündspulen. Was ist daran anders? Anders ist, dass der Steg, der in der Mitte unter diesem Dreiecksanschluss ist, ist bei den Buchsengehäuse und bei den alten Zündspulen nach links verschoben. So ein Dritten nach links, also halt nicht mittig. Die neuen nachbestellten Zündspulen Delphi, obwohl ich über die Fahrgestellnummer bei Leibmann bestellt habe und mir das auch alles serifiziert worden ist, sind mittig. Da gibt es jetzt eine Sache zu beachten und zwar, was macht man, wenn sie jetzt nicht passen? Es gibt zwei Variationen. Eine Variation ist, dass man einmal sechs neue Buchsengehäuse bestellt, die kosten ungefähr drei, vier Euro das Stück und dann alle Stecker umpinnt. Das ist eigentlich, ich habe mich hier einmal ein bisschen schlauer gemacht, das ist ziemlich aufwendig und man muss ungefähr zwei Stunden einplanen und man muss gebückt am Auto arbeiten und so weiter und so fort, weil es schon recht aufwendig ist. Ich habe mich dagegen entschieden, das zu machen. Ich habe gesagt, okay, scheiß auf die Buchsen, die lasse ich so, wie sie sind, denn die neuen Buchsen sehen, also ich zeige mal einmal, wie meine jetzt aussehen und die Buchsen, die anderen, die man neu einbauen könnte, sehen so aus. Da hat man natürlich jetzt die Variante, dass man einmal das Buchsengehäuse bearbeitet, das heißt einmal den Steg dort wegschneidet, beziehungsweise das freischneidet, dass der Steg reinpasst oder man bearbeitet selbst die Zinsspulen. Ich habe mich selber dazu entschlossen, die Zinsspulen zu bearbeiten, denn das erschien für mich die einfachste und bequemste Arbeit zu sein. Ich konnte es zu Hause machen, in Ruhe, mit einem Teppichmesser, schien es, glaube ich, relativ einfach zu gehen und ich habe dann für sechs Zinsspulen, habe ich, sage ich mal, ungefähr 20 bis 30 Minuten gebraucht, um alle Stege mit einem Teppichmesser perfekt wegzuschneiden. Dann seht ihr einmal vorher-nachher-Bilder und was auch wichtig ist zu erwähnen, ist, ihr müsst darauf achten, dass, wenn ihr es wegschneidet, relativ weit nach hinten geht, denn manche Stecker mit den Buchsenkontakten waren ein bisschen leichtgängig, dann musste man hinten noch ein bisschen was wegnehmen und dann ging es auch besser. Also das hat perfekt gepasst. Ich habe jetzt alle sechs Zinsspulen gestern nochmal separat eingebaut, bin gestern nochmal eine Runde gedreht, einige haben das ja bei Instagram gesehen, ja, hat auf jeden Fall eine gute Zeit dabei und das hat auf jeden Fall gepasst. Also das einmal als Information für euch, wenn ihr das Ganze machen wollt, was wichtig zu beachten ist, wenn man sich neue Zinsspulen kauft. Ich habe gehört, dass Bosch-Zinsspulen den Steg an der richtigen Stelle haben sollen, aber das kann man nicht sagen. Also ich wüsste jetzt nicht, wie man das herausfindet. Wenn da einer was weiß, bitte in die Kommentare schreiben, dann kann man den anderen, dann kann ich das anpinnen und dann kann man anderen Leuten auch helfen, wenn jemand weiß, welche Buchse an welchem Auto, an welchem Baujahr verbaut ist. Ich weiß es nämlich nicht, wenn einer von euch das weiß, gerne melden. Ansonsten hat der Einbau sehr, sehr gut funktioniert, alles hat reibungslos geklappt. Wichtig ist natürlich noch zu erwähnen, dass wenn man den Anlasser rausnimmt, dass man den mit dem richtigen Werkzeug rausholt. Also entweder man braucht einen Torx oder einen normalen Ringschlüssel. Wir haben das mit normalen Ringschlüssel gemacht und zwar mit der Nummer 11. Also ein 11er Ringschlüssel hat dann funktioniert, um hinten dann den Anlasser zu lösen, weil mit einer Knarre kann man da nicht richtig rein. Also achtet darauf, dass ihr einen geschlossenen Ringschlüssel in der Größe 11 habt. Das war jedenfalls bei mir der Fall, dass ich einen 11er habe. Ja, was habe ich jetzt gemerkt, nachdem alles eingebaut wurde und was gab es für Schwierigkeiten? Sorry, ich hatte eben irgendwie komisch mit einer falschen FPS-Zeit gefilmt, deswegen flackert das so, habe ich gerade eben gemerkt. Was habe ich bemerkt mit dem Einbau? Und zwar mit dem Einbau, was hat sich getan, wie fährt mein Auto und so weiter und so fort. Das interessiert euch wahrscheinlich auch. Also, mein Auto fährt sehr nice, also richtig gut. Jetzt, wo auch die Zündspulen drin sind, richtig top alles, aber ich will noch ein bisschen was dazu erzählen. Und zwar gab es Unterschiede beim Einbau und zwar habe ich jetzt mittlerweile so ein ploppendes Geräusch manchmal im Stand. Ist ganz komisch, eigentlich alle Schläuche sind drauf, wir haben nochmal nachkontrolliert. Einen Schlauch haben wir nämlich drauf gesteckt, dachten wir jedenfalls, dann zusammengebaut, Anlassbrücke rauf und dann haben wir gemerkt, scheiße, der Schlauch ist ab, Leistungsabfall und so weiter. Also, Leistungsabfall war einmal dadurch bedingt, ja, ein bisschen doof gelaufen, der Stecker von der Drosselklappe war ab, also achte drauf, achte drauf, dass der raufkommt. Und das andere war an der KGE, hat sich ein Schlauch gelöst, zum Teil ist es da echt scheiße, man braucht so kleine Kinderhände, Kinderarme, um da richtig ranzukommen und richtig Druck. Das ist schon mit der Ansaugbrücke nicht ganz einfach, da rumzufummeln. Da hat sich der eine Schlauch auch wieder abgelöst, weil er nicht richtig dran gesteckt war. Das hat komische Geräusche von sich gegeben, da habe ich auch ein Video von, das hört sich dann einmal so an. Und die defekte Drosselklappe, die defekte, die nicht funktionierende Drosselklappe, weil der Stecker nicht drauf war, blende ich euch auch nochmal ein, damit ihr so ein Gefühl kriegt, dass wenn ihr selber den Umbau habt und das klingt so und so, dass ihr das schon mal irgendwie eingrenzen könnt und nicht direkt Panik schiebt. Ja, das haben wir natürlich dann nochmal Ansaugbrücke runtergenommen, die ganze Scheißreihe gebaut, Luftfilter und so weiter und dann nochmal den Stecker angemacht und die anderen Stecker auch und dann lief der Wagen sehr gut. Und dann kamen ein paar Tage später die Zündspulen nachträglich, weil die erstmal nicht gepasst hatten, wir hatten alle keinen Bock mehr, aber das Auto fuhr erstmal, das heißt die Zündspulen waren jetzt nicht ganz so essentiell. Zündspulen habe ich gestern gemacht, zu dem Steg habe ich gerade eben euch was erzählt, deswegen das hat dann alles Plug and Play gepasst, ohne große Schwierigkeiten und der Wagen läuft derbe, nice, richtig, richtig gut. Ich habe allgemein gemerkt, dass der Wagen gefühlt kräftiger durchzieht, also er ist williger hochzuziehen, auch in dem oberen Bereich macht er auf und ja, keine Ahnung, ob ein paar PS, aber der fühlt sich richtig stark an, gesünder und besser denn nie. Also der Wagen macht echt Spaß, kann natürlich auch daran liegen, dass ich in den letzten drei Wochen kein Auto gefahren bin, sondern nur etwas anderes, mit deutlich weniger Leistung und das mich natürlich jetzt so wegkickt, aber dennoch, ja, eigentlich ziemlich viel Schub und eigentlich echt gut lief. Der Ursprung, wie gesagt, des ganzen Reparatur war, dass nur der Anlasser kaputt war und den Rest habe ich einfach aus Vorsorge getauscht, das heißt, die Teile waren nicht kaputt, das heißt, ich habe noch ein Heile in dieser Stelle, ich habe noch eine mäßig heile KGE, ich habe noch sechs Zündspulen und sechs Zündkerzen, die auch alle noch ganz nice sind, also nichts von dem ist platt oder totgerockt, auch die Zündspulen waren jetzt, man muss rechnen, 40.000 Kilometer alt, BMW gibt ja auch einen 100.000 Kilometer Intervall an, ich würde aber alle 50.000 oder 60.000 würde ich die schon mal wechseln, früher nicht, ja, früher muss man nicht, macht aber Sinn. Und ja, Auto läuft sehr gut, macht sehr viel Spaß, ich bin wieder happy, dass mein Auto am Start ist, jetzt habe ich auch endlich meine Winterreifen anbauen können, weil da war auch echter Wurm drin, jetzt mal hier Side Note für alle, ihr könnt es uns abschalten. Ich wollte meine Winterreifen montieren, die ich mir neu gekauft habe, die Styling 193, habe mein Auto vollgeparkt, will mein Auto starten, Auto startet nicht, und ich bin so, oh, ich denke, ey, was ist das so scheiße. So, dann machen wir an, dass er kaputt, dann stand mein Auto erstmal rum, hat ein bisschen gedauert, bis ich die Tile zusammengesucht habe. Dann war alles repariert gestern, vorgestern, so ohne Zündspulen noch, ich war schon unterwegs mit dem Auto, dann dachte ich, ja, nice, Winterreifen raufziehen, bin unterwegs, fahre nach Hause, mein Radschloss verloren. In dem ganzen Chaos, wo mein Auto vollgeballert war mit einem wirklichen Zubehör und Kram zum Reifen, sauber machen, putzen, umziehen und so weiter, und das ganze BMW-Zeug für die Reparatur hinten im Kofferraum und so weiter und so fort, hatte gestern mein Felgenschlossflöten gegangen, das heißt, Version Nummer 2, Winterreifen wechseln, hat auch nicht gepasst, das heißt, nochmal irgendwie sich drum kümmern, neues Felgenschloss war dann bei BMW, die waren sehr freundlich, haben mir die dann rausgeschraubt und mir die originalen Standarddinger wieder reingeschraubt, und dann konnte ich am Folgetag dann endlich meine Reifen aufziehen, die sehen übrigens so aus, passt dem Auto auch ganz gut, und dann habe ich gestern die Zündspuren gemacht, und jetzt ist das Auto komplett, und gestern dicke Tour, habt ihr wahrscheinlich auf Instagram gesehen, war auf jeden Fall der aber nice, Auto fährt gut, ich bin happy, und wenn ihr Fragen habt oder auch schon mal alles geändert habt, schreibt gerne ansonsten für die Experten unter euch, jetzt gibt es mir auch eine Frage von meiner Seite, was ist das für ein komisches, ploppendes Geräusch? Ist das daran, dass ich die Febi KGE gekauft habe, die vielleicht die Membran irgendwie anders klingt, anders erarbeitet, weil vorher habe ich das Geräusch nicht gehört. Klingt zum Teil ein bisschen lauter, ein bisschen scheiße, ich muss nochmal forschen wollen, das liegt aktuell, weiß ich es nicht. Also wenn es gefallen hat, abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da, denn das Abonnieren ist dann euer Daumen nach oben, schreibt Instagram bei mir aus, und vielleicht auch TikTok, was geht ab, also haut rein Jungs, Peace. Abonnieren Abonnieren Bis zum nächsten Mal.